Manuel, ich treffe dich diesmal nicht in Bamberg, sondern in Villarreal in der Nähe von Valencia. Du warst bei uns Student und wann war das? Ich bin nicht sicher, aber vielleicht in 2005 oder 2006. Ok, so vor ca. 14, 15 Jahren. Und Deutsch, warum bist du damals nach Bamberg gekommen um Deutsch zu lernen? Ich habe einmal Deutsch gelernt und dann, weil ich arbeite, weil ich verkaufe, Clementinen in Afelsinen, das ist sehr wichtig für mich, Deutsch zu sprechen, weil die deutschen Kunden sind sehr wichtig für mich. Ja, und das ist der Grund, ist doch ein schöner Grund Deutsch zu lernen, damit man in Deutschland besser Orangen und Clementinen, Mandarinen, Entschuldigung, verkaufen kann. Ja, und dann würde ich sagen Tschüss, es war schön, bei Manuel zu sein. Wir waren ein Wochenende hier, sind Fahrrad gefahren, haben viel an Muertos gemacht und hatten eine super Zeit. Manuel, vielen Dank. Es war super toll. Danke, reiß auf.